Dinge, die mir auf Instagram geschrieben wurden, Part 2. Ich suche einen Programmierer, der meine App-Idee umsetzt. Im Gegenzug bekommst du 50% der Einnahmen. Nimm's mir nicht übel, aber das Entwickeln von solch einer App dauert richtig lange. Und ich kann mir jetzt nicht drei Monate Vollzeit Zeit nehmen, um diese App in die Realität umzusetzen. Und das auch noch kostenlos. Außerdem, wenn du wirklich an die Idee glaubst, dann würde ich lieber einen Programmierer bezahlen, anstatt 50% der Anteile meiner Firma abzugeben. Kommen wir zur nächsten Nachricht. Justus, du musst mir helfen. Also zunächst einmal heiße ich nicht Justus, aber bevor ich das antworten konnte, ging's schon weiter. Jemand hat mein Instagram-Passwort geändert und erpresst mich jetzt. Er will, dass ich ihm Geld zahle, sonst veröffentlicht er meine Daten. Also auch nett, dass du da als erstes an mich denkst, dass ich dir helfen kann, aber ich bin da leider kein Experte für, der dir helfen kann. Allgemein würde ich mich nicht erpressen lassen und wenn mich jemand versucht zu erpressen, dann würde ich zur Polizei gehen. Die können dir helfen. Ich bin da unten und erpieces. Ich bin da unten und er startet. Ich bin da unten und erorabe